schau, das ist schon 2.0 It is comparisons to the other Karauke Krsch Coher Kanon sollte man da jetzt trotzdem starten oder das kannst du kannst du deine lobby suche auf öffentlich und privat machen und das musste immer hin und her switchen da fängt die datei immer von neuen anzuzählen es geht nicht jeweils eine spiel ist es ist ja keine einzelne lobby im wasser ok Willst du knacken, Ruhls? Let's go! Ach, für den Druck. Was haben wir hier? Achso, 2 aus 1 PC. Ah, das ist nicht wahr. Ich muss mal Panzer rücken holen. Wow! Ich seh' doch immer noch Rocket Weighting an mir vorbei. Das Ego ist über mir, du Flo. Aua! Aua! Nein! Das ist doch der Punkt. Da kommt schon wieder ein Auto, der vorbeigeflogen. Markus, das Ding heißt Deathmatch mit Schießen und nicht mit Autos. Dich rennen mit Fahren. Das haben wir hier, was Explosives. Ich muss das gleich mal kaputt machen. Bleib bei der Hand, wo du bist. Mensch, mache meine! Au, 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 jetzt brenne ich. Aua! Habe er voll aus der Luft weggeholt. 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 So, wieder zurück. Da bist du da wieder. Ich hab's auch noch mal. Aber, wo wolltest du hin? Kleine. Lass mich da erst mal Waffen einsammeln. Nein. Da sind die Grenzen wieder falsch. Au. Au. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich geh da ohne Schwimmen. Ich hab wohl so eine scheiß Füße-Pistole. Boah. Aber wie gesagt, es geht wie er will. Da liegt nur ein verstorben Fluggerät rum. Boah, hinter mir. Schöne Wunder. Warum schießt du auf mich? Ich bin Bundesagent. Ich will doch jetzt einmal eine Knarre haben, mit der sowas anfangen kann. Lfg. Beste. Boah, geh mir rein. Alter, ich muss doch kotzen. Alter, Alter. Alter, du Schwein. Nein, ich hab mir doch schon ein Bildschirm gesehen, auf einmal das Auto da vorbeifliegen. Nein, 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 nein. Jawohl. Doch geholt. Ach, ich war fast im Herrschaftspunkt, bitte. Ich hab dich kommen sehen. Vor allem dann den ganzen Weg mit der Horenatsch. Nein, scheiß Busch steht der da rum. In dem Tankenhof. Aber trotzdem geholt. Da ist doch schon wieder jemand mit dem Jetpack unterwegs hier. Da versteckt sich Baby einfach in deinem Haus, Alter. Ich glaub's ja nicht. Steckt sich vor dir, ja. Boah, dicker. Markus, du hast doch auch nicht mitgespielt, wo kommst du immer her? Hattet. ich muss ja das ganze maratil auf die wir hatten jetzt mein kühl geklaut ich schade ich dachte ich habe es auch noch nicht genommen wie still ist hier oh man kommt schon du auf einmal her heute gewinnt alter auch kippe heiß gerucht Der Filter schmeckt, oder? Ja. Ich merke das. Ich habe das gesehen. Jawohl. Und genau da habe ich Ladehemmung. Kennst du, oder? Soll das schon wieder helfen, sag mal. Das kann jedem Mann in deinem Alter passieren. Ich bin Jünger. Das hat nichts zu sagen. Bei mir sehe ich die Erfahrung. Ich weiß, dass ich bei Zeit ins Bett muss. Mein Herrschaftsbild. Sau. Baby, bleib doch mal stehen. Lass dich doch mal wie ein normales Menschlein umschießen. Richtig. Na endlich. Schieß doch wieder einer auf mich. Oh, wieder Ladehemmung. Es kann dann nicht sein. Jawohl. Aber. Voll mit steilgeflogen. Voll mit steilgeflogen. Voll mit steilgeflogen. Hörst du mal auf? Jetzt weiß ich hier schießen, dann hältst du dich mit so raus. Ja. Nehme ich mit. Jedes macht fast selbe. Und die Katze richtig daher. Aber wenn du hier oben bist, hast du echt einen guten Überblick, ja? Ja. Das sieht man. Hahaha. Boah, der Spruch davor war noch gut. Hier oben macht man voll den Überblick tot. Ach, Mann. Das schießt von jedem ab, kann das sein? Ja, ist so, ne? Deswegen kriegst du auch keine Punkte. Weil ich stelle nicht irgendwelche Leute einmischen. Jetzt schießt das schon wieder von unten. Ach, du Gott. Finge! Nimm, Kevin. Du warst da immer noch auf dem Traktor. Hast du vergessen, wie du aussiehst? Ja, boah. Hey, du musst aber totes Week sein jetzt. Aber es war nur die Billigknarre. Schön auf den Kopf gesetzt. Da war wieder das Game. Ey, von wo? Hallo! Du siehst hier Cage weit unten, Alter. Da macht du oben alle nachts, musst du sehen. Boah. Boah, schade. Ich dachte, sie kriegt dich da. Alter, wie viel hast du jetzt geschluckt, Alter? Boah. 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 Du bist da endlich mal oben. Dito.. Ey, willst du das nicht gerade in den Tisch reingepumpt hab? Das klingt falsch! Ey. Ich dachte, es ist doch scheiß Briefkasten, gelbe Ausweg. Guck mal. auch jedes mal mit der rechnung drin sind nein nein ich hab das baby auch mann versteckt sich da alter ich wollte erst mal das lmg einsammeln ich wollte erst mal das lmg einsammeln von zwei seiten ich glaube ich mir doch auf mich zu schießen ich habe keine ordnung da bist du das war jetzt doch wieder rache kill kann das sein ich weiß es nicht das musst du mir sagen ja markus noch mal geholt ich bin 5 ich glaube der klappt hier ich bin mal gespannt wer die meisten kills gemacht hat bestimmt unser camper dort oben ich habe auch mit 22 kev und peach hatten die gleiche anzahlen geht aber ich habe sogar die wenigsten ob du auf den zweiten hochgepusht hochgeschlafen endlich wieder auf dem letzten nur auf den billigen plätzen oder wie ging es mal in ruhe ihr geringverdiener ja aber du musst auch noch mal pissen und dann mit dem putz sitzt du hast so dicker in übungen Untertitelung des ZDF, 2020